Bauer Er hat die Schlüssen von den Füßen und hat dann die Hosen runtergelassen. Und die Sarah ist an der letzten Fahrrad, er versteht sich das nicht. Weil die Sarah wunderbar noch zu trinken holt, um die zu fahren. Und dann ist sie aufgesprungen, hat den Blut hochgemacht, er hat die Hose zugemacht. Keine Ahnung. Und hat dann noch irgendwie die Fahrrad gemacht. Und so was, gell? Von wegen. So.